Das profalen Pass und Marco Königs behält die Lerf unnetzt ein zur Führung und will natürlich zu den Fans, will mit ihnen feiern. Er hatte schon die gelbe Karte, schaut sie mal in sein Gesicht, er weiß auch, das hätte er nicht tun dürfen, den Zaun hochklettern. Der Bundesliga-erfahrende Räder, Frank Millenburg, zückt eben gut, das ist regelkonform, aber natürlich...